Heyho Zocker, hallo und herzlich willkommen zum Schweinepriester Let's Play Dead Space 2. Das Ganze gespielt und kommentiert von meiner Wenigkeit, dem Dynamite von Schweinepriester.info. So, ich hab ja den ersten Teil schon Let's Played und fand die Story eigentlich ziemlich gut, bis auf ein paar Menge. Und, äh, ja, bin auch gespannt, wie es weitergehen sollte, weil das Ende war ja sehr kurios. Äh, ein Freund hat mir das dann geschenkt, den zweiten Teil, dass ich es doch bitte Let's Playen soll und, äh, das mach ich auch. Danke mal an dich, du weißt, dass du gemeint bist. Und ich will auch nochmal lang rumreden. Ich will jetzt gleich anfangen. Äh, hier ein neues Spiel. Oh, hier. Was bei Dead Space geschah? Sieh dir einen Film an, der die Ereignisse auf der Ishimura in Dead Space rekapituliert. Oh, toll. Also für die, die Dead Space nicht kennen oder mein Let's Play nicht geschaut haben, hier ein kleines Review. Im 25. Jahrhundert waren die Rohstoffreserven der Erde erschöpft, verbraucht, ausgebeutet. Verzweifelt und kurz vor dem Aussterben stießen wir in die Leere des Alls vor und entdeckten dort reiche neue Welten, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden. Auf der Erde drehte sich alles nur noch um diese Planeten. Es wurden Abbauschiffe gebaut, darunter die USG Ishimura, der größte und bekannteste dieser Giganten. Die Ausschlachtung der Planeten wurde zur Routine. Ihre Ausbeute hielt uns am Leben. Dann rückte Aegis VII ins Licht der Aufmerksamkeit. Jahrhundertelang wurde seine Existenz geheim gehalten, doch Gier und Korruption setzten sich über alle Vorsichtsmaßnahmen hinweg. Dort, vergraben unter der Oberfläche, fand man ein Artefakt, den roten Marker. Lange verschollen und lange vergessen. Die Religion, an die ich glaubte, hatte ihren heiligen Gral gefunden, den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit. Der Tod ist nicht das Ende. Zumindest dachten wir das. Er brachte keine Erlösung. Erlebt die Verfolgung! Ein wahren Glück! Nur Verderben und Leid. Auf den Kopf! Der Marker brachte Wahnsinn, Mord und Chaos. Er brachte Necromorphs hervor. Jene, die von dem Planeten entkommen konnten, retteten sich auf die sichere Ishimura. Wir zattelten CSU4. Die Kolonie ist überrannt. Wir können nicht zurück. Das Böse von Aegis VII kam mit ihnen an Bord. Binnen Stunden wurde es dunkel auf der Ishimura. Der Konzern sandte eine Reparatur-Crew, die nach dem Rechten sehen sollte. Scheint, als hätte jeder versucht, in aller Eile zu passen. Zur Crew gehörte ein Mechaniker, Isaac Clarke. Isaac, ich bin's. Der ein besonderes Interesse an der Ishimura hatte. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich... In der Dunkelheit fand Isaac tot. Was zum Teufel? Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Feuerstein! Was ist denn Sturm ein? Los, raus hier! Und den roten Marker. Er war weder heilig noch außerirdisch, sondern von Menschenhand geschaffen. Und er konnte dazu benutzt werden, den Ausbruch zu stoppen. Isaac fand auch Nicole... Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. ...die den Freitod gewählt hatte und nur eine Erscheinung des Markers war. Isaac konnte fliehen. Alles andere wurde zerstört. Drei Jahre später erwacht er in einem Krankenhaus auf der Titanstation. Eine EarthGov-Metropole auf dem größten Mond des Saturns. Isaac hatte überlebt, aber sein Verstand ist nicht länger sicher. Denn der Marker verändert alles. Aha! Sehr aufschlussreich. Finde ich echt gut gemacht. Ja, ich will jetzt eigentlich wissen, wie die Story fortgeht. Also, neues Spiel hier! Oh! Einfach ist zu einfach. Schwer ist zu schwer. Fanatiker... Äh, nee, lass mal. Hier nochmal, ne? Ja. Ein sehr schöner Ladebildschirm. Das ist ja... Aha. Ein sehr schöner Ladebildschirm. Elektronische Gäste presentiert. Eine Visceral Games-Produktion. Einee Basel. Thate space... Spy. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Großer Gott. Oh, Mist. Tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Ich melde mich später. Nein, nein. Schon okay. Schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch sechs Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schädlich zu. Isaac? Isaac? Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben. Von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf EG-7. Meines Wissens brach kurz nach Ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac, Isaac, können Sie mich hören? Ach, egal. Isaac. Isaac, können Sie mich hören? Zayna, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Kurz gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja, gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen Sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo, wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Hoppla. Hoppla. Äh. Gießt die? Oh oh. Oh oh. Ja, wohin? Ich weiß nicht. Oh oh. Geweck, 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 geweck. Aha. Ähm. Wie geil ist das denn? Der Isaac hat seine Stimme wiedergefunden. Als er im Koma lag. Das Ende von Dead Space 1 hat ihn so schockiert, dass er wieder geredet hat. Das ist ja geil. Also im, man muss dazu sagen, im ersten Teil redet er nicht. Überhaupt nicht. Kann man... Wirklich viel Leben haben wir natürlich. Kapitel 1. Sehr schön. Wie. Nichts drin. Ich bin immer noch in dieser Zwangsjacke. Beziehungsweise der Isaac. Aha. Speicherpunkt. Das hat sich nicht verändert. Sehr schön. Äh. Ja. Ja, bitte. Danke. Hm. Die Steuerung scheint immer noch die gleiche zu sein. Auch schön. Ach da. Hey, Jungs. Oh. Wollten die mich töten? Wollten die gerade auf mich schießen? Oh-oh. Direktor Tide-Man an alle Projektmitarbeiter. Die Hauptprobanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren besäubert werden. Das ist keine Übung. Tide-Man endet. Treppen. Neh, mal Treppen. Ähm. Tür. Das Auge sieht schon viel besser aus. Finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen. Die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Spieger. Nur ein Spieger, aber... Er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinem Kopf. Kein Platz mehr. Für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie Sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie Sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe Sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient. Und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Strauss und erhöhen Sie seine Dosis in 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Okay, seine Lippen bewegten sich, aber... Ach, jetzt geht's von vorne los. Äh, so. Hm. Was? So, du, ja. Do you wanna... Was? Was? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... Ich kann mich nicht entscheiden. Das sieht so ziemlich aus, als hätte er... ...versucht, irgendwie ins Waschbecken zu kacken. Hatte aber so einkdünnschiss, dass es irgendwie so... ... ihn getötet hat. Flug quer durch den Raum. Und dann Flatsch. Sehr schön. Kommen Sie Strauss. Was? Das war nur ein Spitz. Nur ein Spitz. Ja, aber... Wer hat so viel in meinen Kopf gepflanzt? Scheiße, in meinen Kopf. Kein Platz mehr. Für nichts mehr. Das ist... Nettes ausgesehen. Irgendwo die Scheibe fehlt. Nicht runtersageln. Ja, ja, aber... Ich habe Sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Gut.